Polizeiberichte Berlin 17. September 2023 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht, gewalttätige Auseinandersetzung in Wohnung Nummer 1688 In einer Wohnung in Hellersdorf kam es gestern Nachmittag zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, bei der zwei Personen erheblich verletzt wurden. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand sollen gegen 17.30 Uhr bis zu fünf Personen in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Auerbacher Ring eingedrungen sein. Ein 22-Jähriger, der sich in der Wohnung befand, soll mit einem Baseballschläger attackiert worden und aus Angst vom Balkon der in der zweiten Etage gelegenen Wohnung gesprungen sein. Mit mutmaßlichen Knochenbrüchen an den Beinen sowie einer Kopfplatzwunde wurde er später von den alarmierten Einsatzkräften vor dem Haus aufgefunden und kam zur stationären Behandlung in eine Klinik. Zudem fanden die Einsatzkräfte einen 36-Jährigen, der eine Schusswunde an der Schulter aufwies. Auch er sei in der Wohnung angegriffen worden und anschließend aus dieser geflüchtet. Der Verletzte kam ebenfalls in ein Krankenhaus und wurde stationär aufgenommen. Nach der medizinischen Versorgung bestand keine Lebensgefahr mehr. Bei der Absuche der Umgebung entdeckten die Einsatzkräfte zwei Männer, die im Verdacht stehen, zu der angreifenden Gruppe zu gehören. Die beiden 29- und 43-Jährigen wurden festgenommen und der Kriminalpolizei der Direktion 3, Ost, überstellt, die die Ermittlungen zum genauen Sachverhalt und weiteren Verdächtigen übernommen hat. Bericht, Verdacht der Brandstiftung an Wohnmobil. Nummer 1689 In der vergangenen Nacht brannte in Lichtenberg ein Wohnmobil. Gegen 23 Uhr alarmierte ein Passant Polizei und Feuerwehr, nachdem er das Feuer in der Buchberger Straße bemerkt hatte. Die Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr konnten den Vollbrand löschen, dennoch wurden durch das Feuer zwei weitere Fahrzeuge in der Nähe beschädigt. Für die Löscharbeiten war die Buchberger Straße von 23 Uhr bis etwa 0.15 Uhr zwischen der Schulze-Beusen-Straße und der Koppi-Straße gesperrt. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes. Bericht, Festnahme nach Messerattacke. Nummer 1690 Zu einem Messerangriff, der sich in der Nacht zum Sonnabend in Schöneberg ereignet hatte, ist der mutmaßliche Tatverdächtige festgenommen worden und soll heute einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden. Gegen 2.45 Uhr war die Polizei zunächst zu einer verletzten Person am S-Bahnhof Schöneberg alarmiert worden. Dort entdeckten die Einsatzkräfte einen 22-Jährigen, der mehrere Stichwunden aufwies. Ebenfalls angeforderte Rettungskräfte brachten den Mann zur intensivmedizinischen Versorgung in eine Klinik. Lebensgefahr soll dem Vernehmen nach nicht mehr bestehen. Nach den bisherigen Erkenntnissen sei der Verletzte zuvor mit einem Mann in einer Sportsbar in der Dominikusstraße in Streit geraten. Mutmaßlich kam es anschließend, nachdem beide die Bar verlassen hatten, zu einer Attacke auf den 22-Jährigen. Gestern meldete sich im Laufe des Tages ein 20-Jähriger bei einer Wache der Bundespolizei und gab an, der Täter zu sein. Aufgrund einer Kopfplatzwunde, deren Herkunft noch geklärt werden muss, kam er zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, wurde anschließend festgenommen und der Kriminalpolizei der Direktion 4, Süd, überstellt, welche die weiteren Ermittlungen zur Aufklärung des Sachverhalts übernommen hat. Bericht, Fußgängerin nach Zusammenstoß mit Tram-Not operiert. Nummer 1691. Gestern Nachmittag zog sich eine Fußgängerin beim Überqueren von Straßenbahngleisen in Lichtenberg lebensgefährliche Verletzungen zu. Die 20-Jährige soll gegen 14.35 Uhr den Fußweg über ein Gleisbett zur Straßenbahnhaltestelle Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge überquert haben, ohne auf den Tramverkehr zu achten. Da sie Kopfhörer trug, nahm sie offenbar eine von links herannahende Straßenbahn der Linie M8 in Fahrtrichtung Ahrensfelde nicht wahr. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Tram die junge Frau frontal erfasst, mehrere Meter mitgeschleift und ins Gleisbett geschleudert haben. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 20-Jährige mit lebensgefährlichen Kopf- und Oberkörperverletzungen in ein Krankenhaus, wo sie notoperiert wurde. Der 54-jährige Straßenbahnfahrer kam mit einem schweren Schock ins Krankenhaus, konnte dieses aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der Unfallort war bis etwa 21.25 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3, Ost, übernommen. Bericht, Kind angefahren Nummer 1692 Gestern Nachmittag kam es in Marienfelde zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 88-Jähriger gegen 17.15 Uhr mit seinem Auto im Tirschenreuter Ring unterwegs in Richtung Wiesauer Straße, als der Elfjährige auf der Höhe des Parkeingangs Marienparkweg unvermittelt mit seinem Fahrrad vom Gehweg auf die Fahrbahn gefahren sein soll. Der Mann erfasste mit seinem Wagen das Kind, wobei dieses zunächst auf die Front des Autos geprallt und dann zu Boden gegangen sein soll. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Kleinen in ein Krankenhaus, wo er mit Verletzungen, unter anderem am Kopf und an einem Bein, stationär behandelt wird. Lebensgefahr besteht nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4, Süd, übernommen. Bericht, versuchter Raubüberfall auf Supermarkt Nummer 1693 In der vergangenen Nacht wurde die Polizei wegen des Verdachts eines Überfalls auf einen Supermarkt nach Niederschönhausen alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein bislang unbekannter maskierter Mann gegen 22.25 Uhr, als der Supermarkt in der Provinzstraße bereits geschlossen war, an zwei vor der Eingangstür stehende 28 und 66 Jahre alte Angestellte herangetreten sein, den Jüngeren mit Reizgas besprüht und ihn aufgefordert haben, den Laden wieder zu öffnen. Der Angestellte soll dieser Forderung nachgekommen sein und dem Tatverdächtigen im Supermarkt den Inhalt des Tresors zusammengepackt haben. Dabei soll der Unbekannte ihn erneut mit Reizgas besprüht haben, anschließend jedoch ohne die Beute in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Die 66-jährige Angestellte hatte sich währenddessen in Sicherheit gebracht und eine Passantin gebeten, die Polizei zu alarmieren. Der 28-Jährige zog sich Atemwegsreizungen und Augenverletzungen zu und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1, Nord. Bericht, Auto überschlägt sich. Nummer 1694. Zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Auto überschlug, kam es heute Morgen in Kreuzberg. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand war eine 27-Jährige kurz nach 6 Uhr mit dem Wagen im Cottbusser Damm unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, gegen ein geparktes Auto prallte und sich dann überschlug. Ihr Wagen blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin konnte sich selbst befreien und trug augenscheinlich nur eine Schürfwunde im Gesicht davon. Sie kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Da eine Atemalkoholkontrolle einen Wert von über ein Promille ergab, wurde zudem eine Blutentnahme angeordnet. Die weiteren Ermittlungen führt das für Verkehrsdelikte zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 5, City. Bericht, geflüchtet und verunfallt Nummer 1695 Nachdem er sich einer Polizeikontrolle entzogen hatte, verunfallte ein 32-Jähriger heute früh in Neukölln. Die Besatzung eines Streifenwagens beobachtete gegen 4.45 Uhr ein Fahrzeug, das eine rote Ampel an der Kreuzung Karl-Marx-Ecke Thomasstraße überfuhr. Als die Einsatzkräfte den Autofahrer zum Anhalten aufforderten, beschleunigte dieser und bog in die Uttmannstraße ab. Dabei musste ein Fußgänger, der gerade die Fahrbahn überquerte, beiseite springen, um nicht von dem Wagen erfasst zu werden. Der 63-Jährige stürzte dabei zu Boden, klagte anschließend über Schmerzen, benötigte aber zunächst keine medizinische Versorgung. Bei der weiteren Flucht durch Neukölln missachtete der 32-Jährige zwei weitere rote Ampeln, war mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und schaltete zudem das Licht ab, um die Verfolgung zu erschweren. Schließlich kollidierte der Wagen an der Kreuzung Weser-Ecke Reuterstraße mit einem Lichtmast, sodass der Fahrer und sein 28-jähriger Beifahrer festgenommen werden konnten. Bei der Überprüfung des Fahrers stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Mit Schmerzen an Kopf, Knie und Oberkörper kam er zur Behandlung in ein Krankenhaus. Da ein Drogenschnelltest positiv ausfiel, wurde zudem eine Blutentnahme in der Klinik durchgeführt. Der Beifahrer äußerte, den Fahrer nicht zu kennen, klagte über Schmerzen und kam zur Untersuchung ebenfalls in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Fahrens unter Drogen Einfluss, hat das für Verkehrsdelikte zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 5, City, übernommen. Bericht, Fahrerflucht nach mutmaßlichem verbotenen Autorennen, zwei verletzte Unbeteiligte. Nummer 1696. In der vergangenen Nacht kam es nach einem mutmaßlichen verbotenen Autorennen in Haselhorst zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht und Verletzten. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der bislang unbekannte Fahrer eines VW Passat gegen 1.50 Uhr deutlich schneller als erlaubt die Nonnendammallee in Richtung Siemensdamm befahren haben, einem Seat folgend. Beim Versuch, nach links in die Paulsternstraße einzubiegen, verlor er offenbar die Kontrolle über seinen Wagen und prallte mit einem Mercedes und einem Toyota zusammen, die auf der Nonnendammallee in Richtung Juliusturm unterwegs waren und an einer roten Ampel warteten. Der Unbekannte soll anschließend sein Auto auf dem Parkplatz eines Supermarktes zum Stehen gebracht und sich vom Ort entfernt haben. Die 39-jährige Fahrerin des haltenden Mercedes und ihre 35-jährige Beifahrerin verletzten sich bei dem Aufprall an Armen und Beinen und klagten über Kopf- und Nackenschmerzen. Sie kamen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 27 Jahre alte Fahrer des Toyota blieb unverletzt. Die von Zeugen alarmierten Einsatzkräfte konnten den Fahrer des zweiten mutmaßlich an dem Rennen beteiligten Wagens, der Seats, ausfindig machen. Eine Atemalkoholmessung ergab bei dem 22-Jährigen einen Wert von ca. 0,8 Promille. Zudem fanden die Einsatzkräfte in seinem Wagen mutmaßliche Betäubungsmittel. Er wurde festgenommen, kam aber nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen im Gewahrsam wieder auf freien Fuß. Nach dem flüchtigen Fahrer des Passat fahndet ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2, West, das auch die weiteren Ermittlungen führt. Bericht, Schlägerei auf dem Fußballplatz. Nummer 1697. Heute Mittag kam es in zu einer Auseinandersetzung zwischen Angehörigen zweier Fußballmannschaften. Gegen 12 Uhr wurde die Polizei zu einem Sportplatz am Bukordamm alarmiert. Dort sollen bei einem Fußballspiel mehrere Sportler zunächst verbal in Konflikt geraten und später handgreiflich geworden sein. Als ein 38-jähriger Trainer eingriff, soll er mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden sein. Anschließend wurde er zu Boden gerissen und weitergeschlagen und getreten. Auch seine gleichaltrige Lebensgefährtin, die dem Mann zu Hilfe kommen wollte, soll am Hals gegriffen und weggedrückt worden sein. Keine der beteiligten Personen bestand im Anschluss auf eine medizinische Behandlung durch Rettungskräfte. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entfernten sich alle Beteiligten vom Ort, die minderjährigen Spieler wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen dauern an.